Die meisten wissen das nicht. Sie wissen nicht, wie sie lernen sollen und sie wissen auch nicht, was sie lernen sollen. Natürlich ist da noch das Problem, dass wir alle beim Lernen an die Schule erinnert werden. Haben wir keine Lust, weil wir da einfach den Spaß am Lernen weggenommen bekommen haben. Und das Problem ist heute eben, wir können nicht einfach in irgendwas 24 Stunden investieren und dann denken, hey, ich bin gut. Wir brauchen eine Strategie. Und hier ist die Strategie. Und die gilt für alles. Sie besteht ganz einfach aus vier Schritten. Schritt 1. Warum? Wir müssen also zuerst verstehen, was ich mit dem Gelernten erreichen kann. Also warum will ich jetzt genau das lernen? Wozu hilft es mir? Und am besten schreiben wir uns das auf. Schritt 2. Was? Wir müssen dann verstehen, was das Wichtigste ist, dass ich zu dem Thema lernen kann. Ich weiß ja jetzt, warum ich was lernen will, um uns jetzt zu überlegen, was muss ich dafür eigentlich wissen? Was sind die wichtigsten zwei oder drei Dinge, die ich lernen möchte, um mein Ziel zu erreichen? Schritt 1. Mein Ziel. Ich habe es ja festgelegt. Was muss ich dafür lernen?